Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Jurassic World Evolution. Heute schauen wir uns mal die Girosphärenverbesserungen an und das neue Girosphärentor und allgemein was da so bei der Girosphäre alles verändert wurde. Und dafür habe ich hier schon so ein kleines Gehegekonstrukt vorbereitet, wie ihr seht. Ich habe mich da schon mal so ein bisschen ausgetobt und ausgelebt mit den Dekomöglichkeiten, die man hat. Und ich finde, das Gehege sieht eigentlich schon ganz schnieke aus. Also ich freue mich schon auf unsere zukünftigen Bauprojekte. Ich würde sagen, wir schnacken jetzt gar nicht lange. Wir gehen jetzt direkt auf die Girosphäre ein. Wir bauen jetzt erstmal hier die Strecke und die Tore und dann schauen wir uns mal an, was man noch so für Einstellmöglichkeiten hat. Und ihr seht schon, das Erste, was einem auffällt hier, die Strecke, die man gezeichnet hat, die hat schon so eine andere Farbe hier. Also die ist ein bisschen auffälliger, daran sieht man besser den Streckenverlauf. Finde ich sehr cool und ich habe auch das Gefühl, dass man die Strecke besser positionieren und platzieren kann. Und ihr seht schon, wenn man hier in so ein nächstes Gehege rein will, also ich habe jetzt hier ein großes Pflanzenfressergehege, hier kommen wir in ein Spinosaurusgehege. Und wir müssen einfach nur mit dem Weg hier auf das Gitter gehen und dann kommt hier automatisch so ein Tor rein. Finde ich sehr cool. Machen wir mal hier hin. Ich habe das Tor jetzt aber noch nicht ausprobiert, wie die Animation da ist, wie das Ganze aussieht und sowas, aber wir müssen jetzt erstmal halt die Strecke zu Ende zeichnen. Und dann schauen wir mal, gehen wir hier durch das Gehege einmal durch. Dann gehen wir hier vorne auch nochmal durch den Zaun. Hier kommt man in einen T-Rex-Gehege. Auch hier schlängeln wir uns einmal schön quer durch. Seht ihr das? Also ich habe das Gefühl, dass man die Strecke ein bisschen besser positionieren kann. Ich weiß nicht, ob sich da was geändert hat oder ob ich mir das nur einbilde. Aber es kommt mir so vor, als wenn das etwas besser gemacht wurde. So, dann machen wir hier durch. Und dann haben wir es schon geschafft. Jetzt haben wir hier einen Streckenverlauf durch drei Tore durch. Ich mache nochmal kurz hier die Ansicht. Dann sieht man das nochmal ganz gut. Das ist doch schon sehr cool, oder? Dass man jetzt hier so durch drei Gehege durch kann. Das heißt, wir können mal einen Park machen, wo man dann am Ende mit einer Gyrosphärenfahrt durch jedes Gehege fahren kann. Das wäre echt super nice. Aber jetzt schauen wir erstmal eben kurz auf die anderen Verbesserungen, die bei der Gyrosphäre vorgenommen wurden. Also man hat halt noch mehr Einstellmöglichkeiten. Ich weiß aber gar nicht genau was. Also ich glaube, das konnte man schon einstellen. Das konnte man einstellen. Das konnte man... Hier kann man nämlich die Anzahl der Gyrosphären jetzt einstellen. Ich weiß gar nicht, konnte man diese Sachen hier vorher einstellen? Könnte man in die Kommentare schreiben. Hier kann man auf jeden Fall die Anzahl einstellen. Das finde ich sehr cool. Also man kann hier von Minimum vier bis Maximum zehn Gyrosphären einstellen. Ist auf jeden Fall eine coole Sache, falls man nicht zu viele Gyrosphären im Gehege haben möchte. Oder nicht zu wenig. Es kommt ja immer darauf an, wie groß und wie lang die Strecke dann im Endeffekt ist, würde ich sagen. Ich denke mal für unsere Fahrt hier sind sechs Gyrosphären schon eine ganz gute Anzahl. Geht ja immer durch drei Gehege. Und ansonsten viel mehr Möglichkeiten hat man hier, glaube ich, gar nicht. So Leute, ich habe gerade noch mal im Forum nachgeschaut. Es hat sich gar nicht mehr so viel geändert. Was ich noch mal kurz anmerken kann, ist, dass hier eine neue Kameraperspektive eingeführt wurde. Nämlich die Himmelskamera auf C. Da kann man dann die Dinosaurier aus Vogelperspektive so ein bisschen beobachten. Aber ich würde sagen, wir springen jetzt hier direkt in die Gyrosphäre und schauen uns mal die Animationen bei den Toren an und welche neuen Sprüche es so gibt. Vielleicht kriegen wir den ein oder anderen zu hören. Da bin ich sehr gespannt. Und natürlich sehen wir jetzt auch so ein bisschen die neuen Gestaltungsmöglichkeiten nochmal hier in Aktion. Weil ich habe mir bei dem Gehege schon so ein bisschen Mühe gegeben. Hier geht es sogar darauf ein, was für Dinosaurier hier im Gehege sind. Das ist ja cool. Bin ich ja mal gespannt, ob das bei allen Dinosauriern geht. Passt sogar gerade sehr gut, weil wir hier ein Stego sehen. Ach ja, und die Kameraperspektive kann man jetzt ein bisschen besser drehen. Das wurde auch noch angepasst. Aber das finde ich ja cool, dass die wirklich was dazu erzählt, was man für Dinosaurier sieht. Falls ich hier ab und zu abbreche mit dem Sprechen. Das liegt daran, dass die Frau uns was erzählen möchte. Hier sehen wir den Dracorex. Vielleicht hat sie da auch noch was zu zu sagen. Der Stegosaurus lebt im Gebiet der Morrison-Formation. Einer halbtrockenen Region mit Regen- und Trockenzeiten. Er nutzte seine Schwanzstacheln, um potenzielle Jäger fernzuhalten. Heute werden wir wohl sehr viel über den Stego informiert. Aber finde ich sehr cool, was da für Informationen erzählt werden. Ich bin jetzt gleich gespannt. Wir fahren jetzt hier gleich das erste Mal durch so ein Giros Ferngate. Und ich weiß gar nicht, ob man davor stehen bleibt und ob das dann so schleusenmäßig da durchgeschleust wird. Oder wie das Ganze abläuft. Da bin ich mal gespannt. Also, dass man die Kamera besser drehen kann, ist sehr, sehr hilfreich. Da kann man wenigstens auch mal richtig nach links schauen und sowas. Aber ich muss sagen, die Fels-Texturen sehen schon wieder ein bisschen matschig aus. Die einzig bekannte Dracorex-Spezies gehört zur Gattung Dracorex Hobartia, dessen Name auf die Harry-Potter-Bücher von J.K. Rowling zurückgeht. Das war aber eine coole Animation mit den Toren. Werden wir gleich nochmal sehen. Und jetzt hat sich was zum Dracorex erzählt. Irgendwas mit Harry Potter. Ich habe leider nicht gerade richtig zugehört. Und hier sehen wir jetzt einen Spino. Der geht gerade zum Fischfutterspender und snackt sich da jetzt ein paar Fische. Da sind wir leider ein bisschen früh dran. Ich bin jetzt schon vorbeigefahren. Aber macht nichts. Ihr seht auch den großen Baum hier. Den finde ich sehr, sehr schön. Wenn man den oben auf irgendwie so einem Felsen oder so einem Berg platziert, dann bietet der schon einen sehr guten Schutz für die Dinosaurier. Finde ich nice. Der Spinosaurus lebte in Nordafrika und zählt zu den größten bekannten Theropoden und Fleischwässern, die jemals existierten. Oh, die hat ja wirklich zu jedem Dinosaurier was zu erzählen. Das finde ich echt cool. Nicht schlecht. Und das ist echt cool, dass die immer passend zu dem Gehege halt erzählt. Zu dem Dinosaurier, der in dem Gehege halt ist. Jetzt fängt es ja an zu regnen. Aber das soll uns nicht weiter stören. Jetzt achten wir gleich nochmal schön auf die Animation hier. Durch das Gate. Wir haben gerade auch nicht angehalten. Also da gehen halt so zwei Platten nach rechts und links auf. Und dann fährt man durch. Das sieht sehr, sehr schmieke aus. Ich freue mich schon darauf, wenn wir dann mal so einen Park bauen, wo wir dann durch jedes Gehege mit einer Girosphäre fahren, die richtig, richtig lang ist. Die Fossilien-Fund-Opte deuten darauf hin, dass der Spinosaurus in küstennahen Regionen mit verschwemmungsgebenden, Sümpfen- und Mangrovenwäldern lebte. Aus diesem Grund haben wir ihre Ernährung vor kurzem im frischen Fisch erweitert. Ja, das stimmt. Aber das hat sich jetzt gerade ein bisschen spät gesagt, als wir das Spinosaurus-Gehege verlassen haben, leider. Aber immerhin kriegen wir hier ein paar Informationen. Jetzt befinden wir uns hier im Tyrannosaurus-Gehege. Mal schauen, was wir da für eine interessante Information bekommen werden. Der T-Rex, zeig dich doch mal. Versteck dich nicht. Der läuft da. Schade, dass ich nicht noch weiter nach hinten drehen kann. Aber wir können natürlich noch so gucken. Ach, Kamera wechseln kann ich jetzt auch hier. Schaut mal. Ich kann den Sitzplatz wechseln. Cool. Der Tyrannosaurus-Rex ist wahrscheinlich der bekannteste Dinosaurier aller Zeiten. Sein Name bedeutet König der Königsexten und er repräsentiert für viele den ultimativen Jägen. Dieses beeindruckende Tier ist schon lange das Herzstück sämtlicher Dinosaurier-Attraktionen. König der Königsexten? Ich dachte, das heißt immer nur Königsexte. Wenn ich ehrlich bin. Das ist ja cool, dass ich sogar die Kameraperspektive ändern kann. Das finde ich nice. Ich glaube, drei Plätze hat so eine Biosphäre, aber eigentlich nur zwei. Aber guck mal, einmal. Zweimal. Bin ich in der Mitte, ne? Okay. Ich kann auf den linken Platz, auf den rechten und in die Mitte, wie es aussieht. Aber wir bleiben mal auf dem linken Platz. Und jetzt fahren wir durch das letzte Gate. Komm noch mal zurück in das Pflanzenfresser-Gäger. Und dann haben wir es schon fast geschafft. Da öffnet sich das Tor. Eine wirklich schöne Animation, wie ich finde. Boah, ich weiß, ich hoffe echt, dass die diese Texturen patchen, ne? Ich weiß, vielleicht ist es ein bisschen kleinlich, aber mich stört das wirklich. Also man sieht halt, dass die Texturen nicht Full HD sind. Dass die einfach matschig sind von den Felsen und von den Klippen. Vom Weiten sieht man es halt nicht, aber wenn man jetzt so in der Girosphärenfahrt sitzt, fällt das schon auf, finde ich. Der Name Brachiosaurus leitet sich von seinem unglaublich großen Humerus an. Er ist so bekannt, dass sogar ein Akteroibner hier benannt wurde. Ja, das sind schon tolle Tiere, die Brachios, ne? Ich glaube, wir müssen jetzt hier gleich kurz einen Halt machen. Er ist hier gerade ein bisschen im Weg und schreit rum. Der Ankylosaurus ist ein schwer gepanzerter Vierbeiner, der anhand seines gedrungenen Körpers und keulenartigen Schwanzes leicht zu erkennen ist. Sein Name bedeutet Fusionsechse. Fusionsechse, interessant. Hier lädt man richtig was dazu. Ich glaube, ich muss öfter Girosphärenfahrten machen. Aber einen Anki habe ich gerade gar nicht gesehen, glaube ich. Vielleicht habe ich nicht darauf geachtet. So, Kollege, lässt du uns jetzt hier noch durch, oder? Sieht schlecht aus. Hast du keinen Bock? Der Brachiosaurus ist aufgrund seiner enormen Größe eine der bekanntesten Dinosaurier. Das macht ihn auch zu einer beliebten Besucherattraktion. Seine Rufe sind im ganzen Park zu hören. So, jetzt hat er uns durchgelassen. Und wir haben nochmal eine sehr interessante Information hier über den Brachio bekommen. Finde ich echt cool. Also, dass sie wirklich zu jedem Dinosaurier anscheinend hier Sprüche eingefügt haben und Informationen, ist eine sehr, sehr nice Sache. Dadurch werden die Girosphärenfahrten auch noch viel interessanter. Und das war es, glaube ich, auch schon. Wir haben, glaube ich, jetzt einmal alles gesehen, was neu hinzugekommen ist, was verbessert wurde. Finde ich eine coole Sache. Hat die Girosphärenfahrt auf jeden Fall verschönert und verbessert. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr gerne kostenlos abonnieren. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, haut rein. Euer Dandi.